Hallo, ich bin Karin von der Graf. Normalerweise trainiere ich die Kindergartenkinder zusammen mit Ich bin Petra Stalber, mich kennt man auch. Wir beide spielen auch bei den Ruftis noch, haben aber ganz viel Spaß bei dem Kindergarten-Hockey und grüßen natürlich ganz besonders unsere Kleinen. Und wer noch fehlen, sind Nicole und Sophie. So, guten Nachmittag. Beim schönen Sonnenschein wollten wir euch mal eine kleine Kühe geben. Bis zum nächsten Mal.